Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde, willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Ein Mitspieler, mehr Platz kannst du nicht finden, da steigt er hoch. Gut aufgepasst, das war notwendig. Jetzt muss er flanken, jetzt, ja, der ist drin, klasse Abschluss. Erste Halbzeit. Sie machen einfach zu wenig Tore, trotz seiner guten ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit wird noch gespielt, aber ich muss natürlich nicht darauf hinweisen, dass sie so früh wie möglich auf den Rückstand reagieren sollten. Josep Belicic. Jetzt sprintet er mit dem Ball. Nutze die Freunde, was ist denn hier? Der Befreiungsschlag. Nacho. Der Ball kommt. Nein, an dem kommt er nicht. Jetzt Tor für Zenitza. Schlauer Pass. Er trifft ihn, er sitzt. Sucht die Lücke. Beide Teams lauern auf Konter, beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist das Ball halten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich. Und ein Treffer, versenkt. Die Befehlungen des Gegners gnadenlos ausgenutzt, auch wenn es am Ende dann glücklich war. Hansi, was hat... vor's. Aber ich habe das, was ... haben, wir sind hier in der Befehlungen des Gäste und die Vor Christen. Und da hat man, was in der Befehlungen des Gegräts angeht. Die Befehlungen des Gegräts sind auf die Rolle, die in der Befehlungen des Gegräts sind und sich gegen die Befehlungen des Gegräts, Absehensicherungen des Gegräts, also die Pflicht.